hallo ihr lieben herzlich willkommen zu meinem lesen monat mai es ist unglaublich wie schnell das jahr vergeht und heute ist es auch vom wetter her eigentlich eher so wie november ich hoffe mit dem künstlichen licht geht es wir haben hier tatsächlich eine unwetterwarnung für unsere region es regnet auch schon die ganze zeit hochwasser wird erwartet und dementsprechend dunkel ist es ich möchte aber gerne die zeit nutzen die ich heute noch habe um euch meinen lesemonat zu präsentieren ich bin nämlich bald im urlaub also ich denke wenn das video hochkommt dann sind wir wahrscheinlich schon mit zelt und hunden wieder unterwegs aber erst mal möchte ich über diese vier printbücher und über ein hörbuch mit euch sprechen angefangen hat der monat sehr sehr stark mit die goldene stunde von wie es gefärs steak ich habe die autorin schon bei dem blogger treffen von wagenbach verlag kennengelernt da wurde sie anders ausgesprochen ich kann es aber nicht ich habe das buch zusammen mit der lieben esther gelesen und das war sehr sehr schön sich über die geschichte hier austauschen zu können ich würde euch das auch empfehlen also ich denke das buch hat doch einen recht hohen anteil an gesprächsstoff den man da finden kann mit jemandem zusammen und es gibt auch hier verschiedene blickwinkel die diskussionswürdig sind also ich denke das ist ein sehr gutes buch für ein gemeinsames leseprojekt es geht um drei figuren marie sie ist niederländerin ahmad er ist vor dem krieg geflohen in seiner heimat und in die niederlande gekommen als flüchtling und tarik ich glaube tarik hieser ja er ist ein soldat aus dem land aus dem auch achmad kam und er liegt jetzt in einer sehr einsamen grenzregion und das leben dieser drei ist ja bei manchen stärker bei manchen lose verbunden marie ist nämlich sozialarbeiterin und sie betreut ein projekt in einer kleingartensiedlung es gibt da quasi eine anlaufstelle einen schrebergarten der zusammen mit den geflohenen dort hergerichtet werden soll und der halt einfach auch so ein bisschen eine oase der ruhe sein soll für ihre sicht ist eine problematische in dem buch wir bekommen aber auch mit wie die anderen schrebergärten auf dieses fremde erst mal reagieren das projekt scheitert das passiert relativ schnell also das ist kein spoiler das wissen wir eigentlich von anfang an das projekt scheitert marie hat aber aus ihrer position heraus und das finde ich am problematischsten also sie hatten ganz andere ganz anderen macht status als achmad eine beziehung mit ihm angefangen und er hat auch ganz andere gründe warum er das gemacht hat sie ist quasi seine sozialarbeiterin und sie ist auch deutlich älter achmad verschwindet irgendwann marie weiß nicht so richtig was passiert ist es gibt einen brief den er hinterlässt allerdings in seiner sprache deren marie nicht mächtig ist also sie hat sie auch nicht es hat glaube ich mal so ein paar worte versucht zu lernen aber bei ihr merkt man auch dass sie das fremde das ihr fremde auch eigentlich auf abstand halten möchte wir bekommen hier also ganz viele probleme einfach der geflohenen mit wie integration erschwert wird durch diese starren strukturen die einfach in den köpfen der europäer da sind und ja welche anforderungen wir an die menschen haben die schwer traumatisiert aus ihrem land aus dem sie eigentlich gar nicht weg wollten hierher kommen es ist ja aber nicht so dass sie sich das ausgesucht haben sondern sie fliehen vor einer ganz realen schrecklichen bedrohung marie versucht dann irgendwie mit diesem kapitel hätte es für sich aufzuarbeiten und möchte in die region reisen aus der achmad kommt und trifft dann dort auf tarik und sie hat ein ganz eigentlich unmögliches projekt dort vor sie möchte da gerne archäologisch was katalogisieren tariks geschichte finde ich auch extrem interessant das ist quasi der gegenpol aber auch hier begegnen sich marie und tarik in einer weise also sie begegnen sich nicht richtig ne es ist nur so sehr oberflächlich wie auch diese begegnung mit den geflohenen war also ein buch das ich ganz 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 toll fand das einzige war das ende da hätte ich mir das ende noch so ein bisschen anders gewünscht ähm da gab es so eine szene die hätte für mich nicht sein müssen die das aber noch ein bisschen dramatischer einfach gemacht hat und deswegen habe ich dann so zwischen vier und fünf sterne geschwank sonst wäre es definitiv ein fünf sterne buch gewesen und noch als kurze anmerkung übersetzt aus dem niederländischen wurde dieses buch von christiane burckhardt und danach las ich oder beendete ich ein sehr dickes buch den gelesen habe ich das schon länger aber in diesem monat habe ich es beendet fannys rache von janiv itchkowitz das ist ein israelischer autor und aus dem hebräischen wurde es übersetzt von markus lemke das ist ein historischer roman der so auf dem heutigen ostpolnischen belarussischen gebiet spielt und er ist was völlig anderes als ich erwartet hatte das ist kein normaler historischer roman in dem die geschichte so dahin plätschert man sieht es vielleicht auch hier fanny hält hier ein blutiges messer denn sie ist die tochter eines schächters es geht um jüdische städte und auch juden die unter polen leben fanny gehört zur letzteren kategorie ihre schwester lebt in einem städte und wurde von ihrem mann verlassen er hat sich aufgemacht nach minsk und kam einfach nicht wieder eigentlich war ausgemacht er sollte sie nachholen mit den kindern aber er war eigentlich auch die ganze zeit so ein richtiger tun ist gut konnte keine keine arbeit wirklich halten die familie war sehr arm musste dann zu den eltern des mannes ziehen um überhaupt irgendwie über die runden zu kommen und dann haut er halt einfach noch ab das stürzt wende so heißt die schwester wirklich in eine schwere depression und ja mit ihr ist einfach nicht mal so richtig was anzufangen sie trifft auch ganz irrationale entscheidungen und da sieht fanny einfach ihre pflicht etwas zu tun wir sind hier in der zweiten hälfte des 19. jahrhunderts also ist es auch gar nicht so einfach das umzusetzen was fanny sich überlegt hat nämlich einfach nachts abzuhauen aus ihrem zuhause von ihrer familie weg und sich auf den weg nach minsk zu machen vor allem da sie auch jüdin ist und der weg ist gefährlich man muss irgendwie mit einer kutsche weiter kommen auch die hat sie erstmal nicht und natürlich würden auch fragen gestellt werden warum ist hier eine frau alleine unterwegs und dann dazu auch noch jüdin wie gesagt sie ist die tochter eines schächters und sie hat auch dessen handwerk gelernt sie hat immer ihr messer dabei irgendwie so am strumpfband hat sie das immer mit und auch sie hat mit traumata zu kämpfen in schwierigen situationen wandert automatisch ohne ihr dazutun eigentlich immer ihre hand zu diesem messer und sie schreckt auch nicht davor zurück das hervorzuholen sodass dann auch bald leichen den weg fannies pflaster das wird aber auch sehr abstrus erzählt und es gibt hier auch noch eine geheimpolizei die mit ins spiel kommt das zaristische russland dessen armee kommt mit dazu einfach insgesamt auch dieses verhältnis zwischen juden und polen und russland wird hier beleuchtet und dann gibt es diese wahnsinnig skurrilen sehr besonderen charaktere und es ist wirklich sehr abenteuerlich diese reise es ist auch so ein richtiger page turner eigentlich vor dem hintergrund des 1870er 1860er ja auch eine große empfehlung es blieb dann jüdisch allerdings sind wir im 20 jahrhundert Marek Edelmanns Erinnerungen an das Warschauer Ghetto und das Ghetto kämpft Erinnerungen an das Warschauer Ghetto sind die Notizbücher Marek Edelmanns die allerdings zu dessen Lebzeiten nicht veröffentlicht wurden und das Ghetto kämpft ist ein Bericht über das jüdische Ghetto in Warschau während der NS-Zeit der ich glaube in den 50ern sogar schon veröffentlicht wurde diese Berichte hat er im polnischen verfasst und ins deutsche übersetzt wurde das von Ewa Czerwiakowski entdeckt wurden die Notizbücher nach dem Tod Marek Edelmanns und auch da schlummerten sie dann erstmal wieder eine ganze Zeit bis dann dessen Sohn sich dazu entschloss sie doch zu veröffentlichen zuerst kamen sie da auch interessanterweise auf Französisch heraus denn der Sohn Marek Edelmanns lebt in Frankreich und wir lesen hier also sehr persönliche Aufzeichnungen darüber wie sich das Leben im Warschauer Ghetto veränderte über die Zeit hinweg also wie erstmal das Ghetto entstand wie die Juden ihre Wohnungen in anderen Stadtteilen aufgeben mussten und dort hinkamen was mit den Wohnungen und den Einrichtungsgegenständen passierte wie eng das dann wurde im Ghetto da auch immer mehr Juden aus dem Umland dazu kamen wie stark unterversorgt das Ghetto war medizinisch und auch mit Lebensmitteln man liest so nach und nach wie die Willkür deren sie ausgesetzt waren immer stärker wurde also er erzählt da einfach so nebenbei dass Leute halt durchs Ghetto laufen um irgendwo einkaufen zu gehen oder einfach so einen alltäglichen Weg machen und dann gibt es aber Soldaten entweder sind es deutsche Soldaten oder auch von den Deutschen angeheuerte ukrainische oder baltische Soldaten die eben dann einfach nur so auf die Passanten im Ghetto schießen die Abtransporte werden hier auch sehr deutlich mit ihrer ganzen Grausamkeit beschrieben und der extrem große Mut den die Menschen hatten die im Untergrund gegen die Nazis gekämpft haben also Marie Edelmann war Teil des Jüdischen Bundes und er hat dafür gesorgt dass Nachrichten verbreitet wurden also er hat in verschiedensten Wohnungen heimlich an Druckerpressen gearbeitet um Schreiben herauszugeben und zu verteilen ganz verzweifelt ganz verzweifelt war er als sie von geflohenen Juden die Berichte aus den KZs hörten und aber niemand im Ghetto das glauben wollte und es haben sich sogar Juden freiwillig zu den Abtransporten gemeldet einfach weil ihnen Brot versprochen wurde und niemand konnte glauben dass die Grausamkeit die da erzählt wurde wirklich wahr ist also dass Menschen anderen Menschen so etwas antun könnten es hat niemand geglaubt dass die Juden dort vergast werden in den KZs und das war ein sehr schwieriges Buch aber ich finde durch die persönliche Nähe die man dazu hat extrem aufrüttelnd und ich finde es sehr sehr wichtige Notizen die nicht verloren gehen dürfen dann las ich das neue Buch von Conny Palmen vor allem Frauen übersetzt aus dem Niederländischen also dieses Mal wieder zwei niederländische Autorinnen dabei von Lisa Menzing und es ist signiert ich habe ja Conny Palmen auf der Buchmesse getroffen fand ich wahnsinnig toll das ist eine sehr sehr beeindruckende Frau und ich konnte auch eine Frage stellen es war toll einfach da irgendwie so ins Gespräch mit ihr zu kommen sie live zu sehen und dann hat sie eben auch ganz viele Bücher signiert also ich habe mich ja sehr darüber gefreut ich muss aber sagen das Buch hat mir jetzt nicht so gut gefallen wie ihre anderen naja in vor allem Frauen gibt es Porträts jetzt habe ich nicht nachgezählt wie viele ähm es gibt acht Porträts sieben sind weiblich und ein männlicher Autor ähm ist ja auch noch mitversammelt im Buch und allen Personen hat sie ein Adjektiv zugeordnet das auch sie selbst in ihrem Leben irgendwie beschreibt also zum Beispiel Virginia Woolf das Kapitel heißt autonom oder Sylvia Plath warhaftig ähm dann gibt es noch ganz andere Adjektive und sie reflektiert dann ihr Verhältnis zu dieser Person zu dieser Autorin im meisten Fall ähm und wie sie sich selbst sieht als Autorin als Mensch manches Mal war das für mich ähm allerdings eher wie eine Art Notiz zu dem Werk der jeweiligen Autorin ähm einfach eine Sichtweise auf die Lektüre der Bücher oder der Texte von dieser Person und ich fand da hat noch irgendwie so ein bisschen was gefehlt also ähm mir war es an mancher Stelle einfach zu wenig Content und manches Mal ein bisschen zu viel Rezension manche Kapitel haben mich mehr angesprochen als andere so im Großen und Ganzen ein Buch aus dem Mittelfeld würde ich sagen also wahrscheinlich so um die drei Sterne würde ich dem Buch geben und dann ähm beendete ich noch das Hörbuch für diesen Monat es war ein recht langes über 20 Stunden 24, 25 Stunden ein Buch das viele auf YouTube schon gelesen oder gehört haben äh das sehr kontrovers diskutiert wurde das aber auch extrem gehypt wurde äh Fourth Wing von Rebecca Yaros ähm ich dachte eigentlich das geht an mir vorbei aber als wir auf der Buchmesse waren haben wir da nochmal so drüber gesprochen also einen schönen Gruß an Sarah von Bookmark äh äh wie fesselnd denn auch das Buch ist also da dachte ich naja ich probier's halt doch mal und da habe ich zum Hörbuch gegriffen es geht hier äh ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen falls es doch noch jemanden gibt der das noch nicht gehört hat es geht um eine Fantasy Welt um eine Jugendliche ich glaube 17 oder irgendwie so ist sie ähm sie ähm ähm wird zu ihrer Ausbildung geschickt und die Ausbildung in diesem in dieser Welt läuft so dass alle zentral in einer Art großem Internat unterrichtet werden und es gibt in diesem Internat verschiedene Quadranten es gibt Schreiber es gibt Heiler ja die Schreiber führen so das Archiv ähm Heiler ne sind die Mediziner der Welt und es gibt Reiter und eigentlich wurde sie ihr Leben lang vorbereitet in den Schreiter-Quadranten Schreiter-Schreiter-Schreiber-Quadranten zu kommen ähm ihr Vater war auch ein solcher sie liebt Literatur und Bücher und fühlt sich im Archiv am wohlsten dann stirbt ihr Vater und ihre Mutter die eine Reiterin ist und da auch sehr viel zu sagen hat in der Welt ähm ähm entscheidet sie muss auch in den Reiter-Quadranten ähm Reiter hat in dieser Welt nichts mit Pferden zu tun denn sie äh werden ausgebildet um sich mit einem Drachen zu verbinden es gibt Drachen in dieser Welt und diese Drachen ähm wählen dann die stärksten Schüler in dem Jahrgang aus die anderen lassen sie verpuffen quasi ähm und mit diesen mit diesen Schülern verbinden sie sich dann und so sind diese Reiter dann quasi die Armee der Welt Violet so heißt sie ist eigentlich immer wieder darauf hingewiesen in der Geschichte dass sie so klein und zerbrechlich und ähm mitunter auch so ein bisschen hilflos wirkt äh immer und immer und immer wieder ähm aber eigentlich ist sie auch ganz mutig und ähm ich fand das am Anfang auch interessant wie so die Welt äh erklärt wurde wie das äh äh das Ankommen in diesem Internat war wie so die ersten Tage waren bis es dann dazu kam dass Violet romantisches Interesse an ähm ähm ja einem Mitschüler also er steht quasi über ihr er ist so jetzt gibt es eine ganz enge oder eine ganz strikte Hierarchie Rangordnung also wirklich auch die in der Armee ähm dann entwickelt ähm es gibt so ein bisschen einen Love Triangle aber das fand ich eigentlich ganz gut gemacht weil das ist nicht so nicht so starr sondern eher realistisch also es gibt halt einfach auch noch jemanden den sie aus der Vergangenheit kennt mit dem sie aufgewachsen ist den sie eigentlich auch ganz gut findet aber ähm das ist nicht so so eine große Verzweiflung der oder der wie in manchen anderen Geschichten also das fand ich ganz gut gemacht aber mir war diese ähm romantische Beziehung die sich dann entwickelt einfach zu viel also ich fand es mitunter lächerlich wieder Zimmereinrichtungen zerstört werden weil die beiden da gerade zu Gange sind und da habe ich dann auch echt vorgespurt und dieses ständige ja wann ist es soweit daran denken zurück an diese ähm Situation denken und eigentlich die ganze Zeit nur heiß aufeinander sein das war mir dann wirklich zu viel also die Fantasywelt war ganz schön ähm diese Beschreibung vom Internat auch die Stunden die sie da haben in der Schule aber der Romance-Anteil der war wirklich zum Augenrollen für mich in der Geschichte und ähm da werde ich auch definitiv nicht mit dem zweiten Teil weitermachen es war schon unterhaltsam aber ähm für mich wirklich in äh sehr starren Grenzen unterhaltsam und dann auch sehr schnell also es ist sehr schnell ins nervig übergewandert ja das waren die Bücher die mich durch den Monat begleitet haben äh vielleicht kennt ihr ja auch welche davon bestimmt vorbringen ähm vielleicht aber auch noch was anderes ich würde mich wie immer sehr freuen von euch zu hören ich wünsche euch eine gute Zeit und dann sehen wir uns bald im nächsten Video wieder Tschüss! Tschüss!